Nvidia Shield, Apple TV, Fire TV und seit neuestem auch Roku. Es gibt immer mehr Streaming-Hardware auf dem Markt. In diesem Video zeigen wir euch die Unterschiede der Marktführer. Hallo und herzlich willkommen bei Heimkino Laser TV. Wer einen hochwertigen Laser TV oder Beamer sein Eigen nennt, der braucht natürlich auch die entsprechende Software, sprich Filme und Serien. Und hier verlagert sich das Angebot ja immer mehr vom herkömmlichen Fernseher und den Kaufdisks hin zu Streaming-Angeboten. Eine einfache und kostengünstige Methode, Streaming-Apps zum Beamer oder zum Laser TV zu bekommen, sind externe Streaming-Sticks, die es ja von verschiedenen Herstellern gibt. Doch Apple TV, Fire TV und Nvidia Shield, die unterscheiden sich wiederum, in der Bildqualität, in der Tonqualität und natürlich auch in der Bedienung. In diesem Video vergleichen wir die Sticks in den wichtigsten Disziplinen und geben am Ende auch nochmal einen Ausblick auf zukünftige Geräte. Wir beginnen mit dem günstigsten und zugleich vielleicht auch deshalb beliebtesten Modell am Markt, dem Amazon Fire TV Stick. Ja, hier ist Name Programm. Es ist wirklich ein kleiner Stick. Er kriegt den Strom über einen USB-Anschluss und wird einfach hinten ins Gerät gesteckt und angeschaltet. Gesteuert wird das Ganze mit einer sehr übersichtlichen Fernbedienung, die sich auf das Wesentliche beschränkt und auch alternativ eine Sprachsteuerung hat. Hier kann man eine Mikrofontaste drücken, reinsprechen und das Gerät interpretiert dann die Anweisungen. Besitzer eines Android-Handys haben auch die Möglichkeit, Bildinhalte direkt von ihrem Handy an den Fire TV Stick kabellos zu übermitteln. Die Benutzeroberfläche wirkt auf den ersten Blick ein wenig überladen und man merkt auch schnell, dass der Fire TV Stick irgendwo auch subventioniert ist, denn Amazon versucht einen immer, eigene Inhalte hier schmackhaft zu machen. Dennoch, es sind alle relevanten Streaming-Apps mit an Bord von Disney+, Netflix, Amazon Prime natürlich auch und so weiter und so fort. Auch die meisten deutschen Streaming-Apps sind mit dabei, sodass das wirklich ein sehr rundes und vollständiges Paket abgibt. Bei den Bildsignalen unterstützt die 4K-Version, die wir hier testen, alle relevanten Standards von herkömmlichen SDR über 4K mit HDR und natürlich auch DCI-P3-Farbräumen. Allerdings hängt die Performance immer auch von der Programmierung der jeweiligen Apps ab und kann deshalb auch sehr streuen. Das Gleiche gilt auch für die Bildfrequenz, zum Beispiel für Spielfilme ist ja die 24p-Original-Kinofrequenz sehr wichtig. Das wird wiederum nur unterstützt, wenn die Software das richtig macht. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Hier gibt es oft dann auch Probleme. Und man kann auch nicht viel Einfluss nehmen, weil das alles sehr vorkonfiguriert ist. Auch beim Ton muss man ein paar Abstriche machen. Es werden natürlich die Tonformate unterstützt, aber es wird kein True-HD-Audio direkt per Passfu durchgeschliffen. Auch hier kommen Audio-Highender also nicht so auf ihre Kosten. Der Amazon Fire TV Stick ist insgesamt für all diejenigen zu empfehlen, die schnell und günstig einen zuverlässigen Einstieg in die Streaming-Welt wollen und wo es dann nicht auf die absolute Perfektion in Sachen Bild und Ton ankommt. Weiter geht es mit dem Apple TV. Apple typisch etwas teurer, rund 100 Euro muss man hierfür mehr bezahlen. Mal sehen, was man da auch für einen Mehrwert bekommt. Wenn man das Gerät selber sieht, wird es mal auffällig, dass es sich hierbei nicht um einen Stick handelt, sondern wirklich um einen externen kleinen Zuspieler, der auch an 220 Volt direkt angeschlossen werden kann. Hier ist also das Netzteil integriert, das ist sehr praktisch. Und mit dem Gerät, also dem Laser-TV oder Beamer, wird es mit einem externen HDMI-Kabel verbunden. Auch das kann bei größeren Installationen von Vorteil sein. Die Fernbedienung ist Apple typisch sehr stylisch und auch sehr hochwertig hier mit Aluminiumrückseite. Und auch in der Bedienung geht Apple eigene Wege. Statt herkömmlicher Richtungstasten gibt es ein Touchpad, mit dem man also mit dem Daumen einfach durch die Apps hindurch scrollen kann. Bei der eigentlichen Benutzeroberfläche sieht man auf den ersten Blick, dass diese wesentlich sachlicher und übersichtlicher gestaltet ist, als zum Beispiel am Amazon Fire TV Stick. Und man wird auch hier nicht mit Werbung bombardiert, obwohl natürlich Apple auch seinen eigenen Streamingdienst anbietet und das Apple TV hiermit besonders praktisch funktioniert. Aber auch hier sind alle anderen relevanten Streaming-Apps mit an Bord. Und ganz besonders lobenswert ist, dass die SkyQ-App integriert ist, die einen kompletten Sky-Receiver ersetzen kann, wenn man ein Sky-Abo hat. Auch mit dem Apple TV kann man Inhalte direkt vom Handy auf das Großbild streamen. Hier sind natürlich dann die iPhone-User im Vorteil. Bei den Bildsignalen wird natürlich auch jede relevante Auflösung, plus HDR und so weiter unterstützt. Ein entscheidender Vorteil, gerade für Spielfilme und auch viele Serien, ist die Tatsache, dass der Apple TV wirklich auf 24 Hertz im Bildmenü eingestellt werden kann und er dann tatsächlich auch die Filme in der richtigen nativen Frequenz ausgibt. Im Audiobereich haben wir leider auch den Flaschenhals, dass True-HD-Audiosignale nicht per Pass-Through durchgeleitet werden können. Apple wird mit dem Apple TV seinem Namen durchaus gerecht und so ist der Apple TV all denjenigen zu empfehlen, die ein zuverlässiges und hochleistungsfähiges System mit guter Bildqualität und Original-Kino-Frequenz suchen. Kommen wir nun zum Nvidia Shield. Rein optisch ist es eine Mischung aus Stick und externen Media Player. Es ist länglich, bietet auf der einen Seite einen HDMI-Anschluss, auf der anderen Seite einen 220-Volt-Stromanschluss. Auch hier ist das Netzteil integriert. Ja, und wenn man das alles verkabelt hat, sieht das aus wie ein überdimensionaler Entstörkondensator. So rund das Nvidia Shield, so eckig bzw. dreieckig die Fernbedienung. Auf den ersten Griff ist das etwas gewöhnungsbedürftig, aber man merkt schnell, dass sich das sehr gut den Fingern anpasst. Das Layout der Fernbedienung ist sehr konventionell mit Steuerkreuz und den wichtigsten Tasten. Netflix scheint hier ein bisschen gesponsert zu haben, denn Netflix hat als einzige Streaming-App einen direkten Shortcut auf der Fernbedienung. Wie bei dem Fire TV kann man hier mit einem Android-Handy direkt auf das Gerät streamen. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz. Das Ergebnis der Menüführung ist sehr übersichtlich und auch sehr schnell, aufgrund des schnellen Prozessors. Allerdings, man sieht hier, wird man schon ein bisschen mit Werbung konfrontiert. Allerdings ist der Vorteil von Android TV, dass es ja doch ein sehr offenes System ist. Und so hat man die Möglichkeiten, auch Apps zu installieren, die es auf anderen Systemen nicht gibt. Zum Beispiel Kodi, ein Open-Source-System, mit dem man dann auch daheim einiges streamen kann. Insgesamt ist also der Nvidia Shield der leistungsfähigste. Man muss aber dann auch wieder ein bisschen frickeln, ein bisschen selber konfigurieren, also einfach ein bisschen Wissen mitbringen. An Signalen werden natürlich auch alle Standards und Auflösungen unterstützt. Eine Besonderheit hat der Nvidia Shield. Durch den leistungsfähigen Prozessor ist es möglich, eine besonders gute Skalierung zu erzeugen. Er kann also auch herkömmliche HD- und sogar SD-Quellen auf 4K sehr hochwertig hochskalieren. Das ist gerade bei Beamern und Laser-TVs von Vorteilen, die selber nicht so gut skalieren können. Außerdem bietet er als einziger im Feld wirklich die Pass-Thru-Funktion für True HD und ähnliche Formate an. Also auch hier kann man Audio auf höchster Stufe genießen. 24p ist ebenfalls möglich, aber hier gibt es wieder so ein paar Probleme mit der einen oder anderen App. Auch hier muss man ein bisschen Eigeninitiative mitbringen. Nvidia ist ja in erster Linie für seine sehr leistungsfähigen Gamer-Grafikkarten bekannt. Ja und die Gamer hat Nvidia auch bei dem Shield nicht vergessen, denn tatsächlich ist es möglich, das Bild in Echtzeit in 4K-Auflösung mit 60 Hertz direkt vom PC an das Shield zu streamen und so auch in groß zu zocken. Insgesamt ist das Nvidia Shield nicht nur das teuerste, sondern auch tatsächlich das leistungsfähigste Gerät von den dreien. Man muss aber, wenn man es ausreizen will, sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Soweit die derzeit hier etablierten Marken und Modelle. Das kann sich aber bald ändern bzw. erweitern, denn der US-amerikanische Hersteller Roku hat den deutschen Markt für sich entdeckt und bringt hier die ersten Modelle. Der 4K-Express kostet nur 35 Euro, ist also wirklich preislich sehr aggressiv und bietet ebenfalls alle wesentlichen Streaming-Apps, zumindest die internationalen. Ja und mit dieser Strategie von guter Performance und günstigem Preis ist es Roku gelungen, in den USA bereits Marktführer zu werden. Und da gibt es auch schon das Top-Modell, den Roku Ultra, der anscheinend nach dortigen Tests wirklich die anderen Geräte hinter sich lässt. Sobald er hierzulande auch verfügbar ist, werden wir ihn deshalb nochmal gesondert testen. Das war es auch wieder von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns auch ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr bei dem nächsten interessanten Video wieder benachrichtigt wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Eki Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Eki Schmidt.